Hallo Follower, ich bin heute bei Möbel Hornung und darf mir wieder Ausbildungsberufe anschauen. Hier sind auch schon die zwei Azubis, die ich gleich vorstellen werde. Ihr müsst heute früh, erster Kunde, nach Würzburg zu Herrn Schmidt und da müsst ihr rauskommen. Frau Schmidt ist eingeladen. Hier sind wir in der Werkstatt, wo wir für jeden Kunden individuell Bretter oder sonstiges anpassen können mit der großen Säge. Wir haben jetzt hier hängende Kleiderschränke und die Kommode fehlt noch. Die muss auch noch an die Wand angebracht werden und ich schau mal, wie das so funktioniert. Das ist die Höhe. Wie ist das da? Zwei Zentimeter. 15, 17. Jetzt kommt zum Schluss die Feinjustierung. Das heißt, es wird alles eingestellt, dass man kein Gefälle hat, dass das alles gerade ist. Dass die Türen nicht von alleine aufgehen, sondern gescheit schließen. Warum habt ihr euch denn für die Ausbildung entschieden? Ich habe mich für die Ausbildung entschieden, weil ich was Handwerkliches machen wollte, aber auch viel mit Kunden. Und warum habt ihr euch für Möbelhornung entschieden? Wegen der Arbeit im Team und egal ob du als Monteur unterwegs bist oder Verkäufer, jeder nimmt sich die Zeit für dich. Hi, ich bin für die Ausbildung hier zuständig. Wenn du Lust hast auf eine individuelle und persönliche Ausbildung, dann wähle dich doch bei uns. Ich bin für die Ausbildung, dann schau mal auf eine individuelle Ausbildung. Ich bin für die Ausbildung.